Willkommen zur Hello Again Wiedersehensparty. Das Haus ist heute voll mit Stammgästen, die schon seit langer Zeit nicht mehr bei uns getanzt haben und die wir heute eingeladen haben zu einem wunderbaren Abend, wo sich alle wieder gemeinsam im Arm haben und beim Tanzen wieder spüren können. Was hat euch heute bewogen herzukommen zu Hello Again Wiedersehensparty? Weil wir früher sehr viel tanzen bei euch waren und es uns immer sehr gut gefallen hat und wir gesagt haben, das machen wir, das schauen wir heute wieder her. Und wie geht das Tanzen? Klappt noch einiges? Habt ihr noch was erinnert? Klappt noch einiges, ja. Natürlich viele Figuren sind nicht mehr da, aber der Grundschritt bei den gängigen Tänzen ist natürlich da. Wie fühlt es sich an, sich wieder im Arm zu haben, zu zweit zu tanzen? Es war immer schön und es ist heute besonders schön. Was hat euch bewogen, heute zum Tanzen herzukommen? Wir haben kurz nach unserer Hochzeit 2017 begonnen bei euch zu tanzen und dann durch Hausbau, Vollzeit, Arbeiten und so weiter ist es eingeschlafen. Und wir sind aber sehr musikalisch, lieben Tanzen und darum haben uns gedacht, kommen wir vorbei. Wir haben noch meine Schwester mitgebracht, die bei euch in der Jugendzeit schon war, jahrelang. Super. Ja, einfach einen schönen Abend wieder bei euch verbringen. Was hat euch bewogen, heute zum Hello Again Wiedersinsamt zu kommen? Alte, schöne Erinnerungen. Ja, wieder Freunde treffen. Ja, genau. Und irgendwie das Alte wieder leben lassen. Was tut das mit eurer Partnerschaft, wenn ihr euch im Arm habt? Das hört unserer Beziehung sicher gut an. Ja. Wir tanzen schon seit 10 Jahren miteinander, wir sind schon 25 Jahre bei Heirat. Also das ist sicher was Belebendes. Das gehört dazu. Kann man nur jedem empfehlen. Empfehlen. Jeden Paar empfehlen. Super.